Ludwig Bechstein Die Milseburg Die Milzburg oder Milseburg ist ein mächtiger Klingsteinberg der Rhön, den man in weiter Ferne mit seiner eigentümlichen Form über seine Nachbarberge emporragen sieht. Diese Form gleicht einem der hochgetürmten Heuwagen, welche im Juni so zahlreich von den grasreichen Flächen des Hochgebirges in die näheren und ferneren Talorte fahren und heißt deshalb das Heufuder. Er gleicht aber auch einem Sarg und wird darum vom Volk die Totenlade genannt. Gleich anderen Hochgipfeln dient der Berg den Umwohnern als Wetterprophet und diese sagen stets richtig Regenwetter voraus, wenn die Milseburg raucht oder nach dem Ausdruck des gemeinen Mannes Klöße kocht. Viele Heilkräuter und sonstige seltene Pflanzen wachsen auf diesem Berg und viele Sagen gehen von ihm im Mund des Volkes um. Da der heilige Gangolfus diesen Berg zum Lieblingsaufenthalt erwähnt haben soll, so heißt er auch der Gangolfsberg und es wurde die auf seiner Höhe stehende kleine Wallfahrtskapelle, welche im Jahre 1493 erbaut sein soll, diesem Heiligen geweiht. Vor langen Zeiten stand auf der Höhe des Berges eine Ritterburg, bewohnt von wilden Raubgesellen, die auf dem von der Natur durch fast unersteigbare Klippen geschirmten Felsenhorst lange ungestraft ihre Untaten zum Schrecken der ganzen Gegend verübten. Wer diese Burg erbaute und wann sie zuerst erbaut wurde, weiß niemand zu sagen. Sie war aber eine der ältesten Burgen des Gaues, denn schon im Jahr 980 wird sie in einer Urkunde des Kaisers Otto II. erwähnt. Zu Anfang des 12. Jahrhunderts war sie ein Besitztum des Landgrafen Ludwig von Thüringen. Dieser fing im Jahr 1114, als die Wartburg von Kaiser Heinrich V. hart belagert wurde, den im Gefolge des Kaisers mitgezogenen Abt Wolfhelm von Fulda und hielt ihn drei Jahre lang auf der Milseburg gefangen. Später gewann ein tapferer Abt mit Namen Erloff mit gewappneter Hand diese und noch eine andere dem Hochstift entrissene Burg und besetzte beide mit treuen Mannen, so wie er sie von Neuem befestigte. Als aber später die Milseburg wieder in Feindes Hände gekommen war, so wurde sie nochmals belagert, die Besatzung, die sich nicht ergab, ausgehungert und hierauf, als kein Verteidiger mehr am Leben war, die Burg so zerstört und der Erde gleichgemacht, dass davon keine Spur mehr zu sehen ist und nichts von ihr blieb als der Schall des Namens, das Echo des Rufes der Vergangenheit. Dicht unter der Milseburg liegt die Lüdenkuppel. Auch darauf soll vor Zeiten eine Burg oder Warte gestanden haben.